Wisst ihr noch mehr über den gefangenen Salamanderer? Okay, das heißt ich darf jetzt hier warten? Ah, ich warte automatisch hier, okay Aha, aha, okay, ähm, ähm, ja, Greifungsstil Ja, das Stahlschwert ist definitiv schneller Ich finde es toll, dass der da hinten, der auch weit aus meinem Radius raus ist, trotzdem Schaden nimmt beim Greifungsstil So Aha, der da hinten ruft mir also zu, dass ich sterben soll So, du stirbst jetzt auch Nice Yes Epische Kämpfe in den Straßen von Lüsima Wuhu Okay, na gut, dann, ich würde sagen, den, äh Den Blut lassen wir liegen, würde ich sagen, ähm, wir müssen eh ins Gefängnis, wohl wie kommen wir denn ins Gefängnis? Waffenschmied Kloake, Spieler, Tor zum Deich Haus des Helastaler Haus des Helastaler, okay, na gut, Stadtkerker Vinzenzposten Okay, das heißt, wir müssen ohnehin Erstmal in die Richtung, glaube ich, ne? Nein Wir müssen Doch, in die Richtung Warte mal So Ja, wir können in diese Richtung auch, hoffe ich Schweißet nicht Krankenhausstraße, okay Auf jeden Fall haben die hier sehr, sehr Was für ein Typ, ein armer Mann Na gut Da ist ein Hündchen, da ist auch eine Wache, das ist wunderschön Ähm Okay, hier ist eine Sackgasse, das finde ich außerordentlich toll Auch Wüsema hat Sackgassen, es ist wunderschön Dann gehe ich mal da entlang So Dann kommen wir da vielleicht ein Stückchen weiter Wir gehen in die richtige Richtung Oder auch nicht Das werden, das wird sich alles rausstellen Wir decken, wenn nicht, dann Ja, wir decken gerade die Karte auf So machen wir das, wenn wir da durch Zufall das entdecken, wo wir hinwollen Dann ist das mehr als in Ordnung Für mich So, das Kloster des Ordens ist hier Das frage ich mich übrigens auch Was ist eigentlich passiert zwischen Witcher 1 und Witcher 3? Was ist denn das? Ein Ghulgeist? Alter, Ghule Was zur Hölle? Ähm, Silberschwert So 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 Nice Erscheinung Okay Ach ja, das dauert ja länger mit dem Silberschwert Nein Nice Nice Okay, aber eine Erscheinung muss ich natürlich looten Das ist, äh Hier, Ektoplasma Das nehmen wir auf jeden Fall mit So, das haben ja die Bargästen auch Der Stadtzimmer Die Todes und die Unwahrung Die Todes und die Todes hinter diesem Garten Vieles Arbeit für eine Wälder Okay Ich höre Geräusche Infanterist des Ordens, aha Ist ja wunderschön Kann ich hier runter? Tatsache Er läuft automatisch, das finde ich toll Ah Unglaublich Zimmer Ein Schurke Ein Schurke So Jetzt sind wir hier Wunderschön Ein Schurke, aha Hallo Schurke Ein stummer Schurke, der mit seinem Blick alles ausdrückt, was es zu sagen gibt Find ich toll, da ist eine arme Frau, da hinten ein Hemd So Ein Bandit Noch ein Schurke Schön Da ist noch ein Hund Der läuft komisch Haha, ein guter Hund Ja, ein guter Hund Ja, jetzt sind wir da Es ist schön, dass wir hier sind Das bringt mir nur nichts So, dann schauen wir mal hier hinten rum Ich habe keine Ahnung Wie wir irgendwo hinkommen sollen Wahrscheinlich da hinten, wo ich war, in der Sackgasse Nur halt Durchs Feld oder so, ich habe keine Ahnung Nein, hier auf gar keinen Fall Ich gehe mal hier auf dieses, auf dieses Tor zu Mal schauen, ob Geralt was erzählt Ja, tut er Geralt Good to see you Where are you going? To the dike No passage, Captain forbids it Why? Captain's orders, talk to him Gentlemen, that's no way to treat a hero Geralt, the witcher that saved Vizima from a terrible cockatrice A hero? Well, that changes things He's almost one of us In that case, please pass, Master Geralt We'll drink your health at the inn Thanks, Siegfried Nice! A surprise in the sewers A knight of the flaming rose Soaked in stench from head to foot I usually work alone, but this was an opportunity to see a knight in action I must say, he did rather well for a human That was rare gratitude he showed A knight of the A knight of the Und sie haben auch gerade genießt. Wobei doch Stahlschwerter gegen Menschen viel, viel, äh, Würfungsverlöser sind. Okay. Geh, Schittlager! Geh, Schittlager! Geh, Schittlager! So, wo sind wir hier? Nirgendwo. Aha! Aha! Schön in eine Sackgasse gelaufen. Sackgassen gibt's offenbar viele in Wysima. Wer weiß, vielleicht heißt in der Landessprache Wysima ja auch Stadt der Sackgassen. Ich weiß es nicht. Könnte sein. So viele Sackgassen, wie die hier haben, definitiv möglich. So, was haben wir da? Vor allem, was ist das da? Was ist das? Das magische Lampen und die magisches Ektoplasma absondern? Oder was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. So, wo sind wir denn da? Aha! Sieht aus wie ein Marktplatz. Straße der fahrenden Händler. Ja, ein Marktplatz. Gut, es sind jetzt zwar nur zwei Stände. Der eine hat Fisch und der andere hat irgendwelche fetten Kürbisranken. Aber das macht ja nichts. Da ist noch ein Schild. Was haben wir denn da? Schild. Marktplatz. Natürlich. Straßen der Helden der Wache. Okay. Flöten ruhig. Ja, ich, ja, ja, ich gehe ja schon. Ich wollte mich nur umschauen, Mann. Ich wollte mich doch nur umschauen. Was haben wir da? Schild. Stadtkerker. Da wollen wir rein. So. So. Guten Tag. Vincent Mais. Jethro. Hallo, Jethro. Du hast die Cockatrice. Aufgrund von King Faltest, ich gebe dir einen offiziellen Entschuldigung. Endlich. Diese Absurdität ist vorbei. Gehe deine Beziehungen aus dem Trunk, bevor ich sie verkaufe. Und erinnere dich die Rewardung auf der Cockatrice's Head. Vincent wird sehr begeistert über Trophen. Ah. Ich kann endlich relaxen. Ich werde inspektieren, was wir hier hier konfiskaten haben. Hm. Gute Qualität gear. Gute Qualität gear. Kann ich Ihnen die abkaufen? Ich hole mir erst mal das Geld. Du bist frei. Aber du musst immer noch die Quarantäne abschauen. Was bedeutet das? Nicht die Tempelkarte verlassen. Du musst schuldig sein. Wir halten einen nahen Augen auf dich, Witchers. Ich höre nicht, dass du gesagt hast, dass alle gleich sind? Was ist es, Witcher? Äh, hier. Wie geht die Salamandria-Investigation? Patience, Witcher. Alles wird heute heute erklärt. Wie kann ich mir helfen? Ich weiß, die Warehäuser und die Schlums. Es ist ein sensibel Fall, das nicht braucht Ihr Schwäb. Just yet. Die Warehäuser. Du willst nicht da allein gehen? Es ist eine secret Operation. Das wär nett, dankeschön. Äh, ich... Oh Gott. Ähm, äh, hier. Okay, ich kann beweisen, dass ich die Gorgo getötet hab. Ich kann beweisen, dass ich die Cockatrice getötet hab. Impressiv. Das ist 400 Oran's Reward. Gut verdammt. Sehr schön. Ähm, hier. Do you handle Monsters too? I'd rather not waste my men on that. I pay anyone who kills a monster. Just bring proof. What pays best? Right now my budget includes reward money for the cockatrice and the sewers and for some bloodthirsty plant that kills people in the swamp. Okay. Schön. Dann haben wir das jetzt schön erledigt. Na gut, ähm, wo ist die Kiste mit meinen Sachen? Gitterstäbe. Kiste mit meinen Sachen. Hier. Da ist ne Kiste. Schön. Depot. Depot. Mein wunderschönes Hexastahlschwert. Das nehmen wir stattdessen. Moment. Hier. Ähm. So. Warum auch immer ich drei Schwerter tragen kann. Ich hab keine Ahnung. Die Fackel. Die Fackel wollten wir ja auch haben, ne? Ich würde sagen, die Fackel machen wir so. Dann lassen wir den Schwert hier. Äh, den Schwert. Den Schwert vor allem. Lassen wir den Dolch hier. Das ist die mirrische Stahlschwert. Kommt auch weg. Ähm. Meine Ohrens. Ich hoffe, es sind alle. Ich weiß es nicht. Der rote Stein, der blaue Stein. Okay. Seewandbilds. Äh. So. Alles transferieren. Haben wir jetzt alles? Ich hoffe. Ja. Es ging sich alles aus. Wunderschön. Das heißt, wir haben wieder alles, was wir hatten. Perfekt. Siegelring des ewigen Feuers und Siegelring mit Rubin. Whatsoever. Ähm. Fass. Einheimischer Pepper. Pepperowka. Aha. Interessant. Ich klau hier lieber erstmal nix. Mal schauen. Hier, Jethro. Jethro. Verdammt. Es ist stark. Was ist stark? Nichts von deinem Geschäft. Ich habe nur... Äh. 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 Fistech. Okay. Ähm. Ich habe etwas für euch. Ähm. Hier. Ja. Okay, ich habe Fragen. Äh, gefangener Salamander, ja. Ja, das stimmt. Fistech, wahrscheinlich. Ja. Fistech, fold back your skin and rub. Where? Where you can fold back your skin, Jethro. If you buy Fistech from Coleman at the Hairy Bear, don't say I send you. Okay. Ich sage einfach mal nix. Hier. So, das mit Foltest fragen wir noch. If Foltest put a reward on the professor's head, he must detest Salamandra. It's not royal gold. Privately funded. Interesting. There's also payments for Salamander badges taken from dead bandits. Who is this philanthropist? I can't tell you, but the sponsor's representative spends his evenings at the tavern. I'll check it out. Äh, 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 tschüss. Okay, dann, äh, tschüss. See ya. Ähm, wir haben doch diese Dinger gesammelt, ne? Haben wir die behalten? Jo, die haben wir behalten. Salamander-Brasch, da haben wir fünf Stück von. Nice. Okay. Na gut, dann... Würde ich sagen, wir gehen einfach mal wieder raus und schauen uns mal um. Und schauen mal, ob wir vielleicht Taler kennenlernen können. Den alten Haudegen. Was haben wir denn? Anschlagtafel. Natürlich, die brauchen wir auch. Was haben wir denn? Der Wolf-Vertrag. Wir haben keinen Platz im Inventar. Das haben wir bereits gelesen. Ich würde tatsächlich gerne irgendwo meine Bücher verkaufen. Oder generell mein Inventar mal ausverkaufen. Was ist das denn? Aha. So viel haben wir von der Map schon erkundet? Glaube ich ja gar nicht. Lagerhaus. Aha. Siegfrieds Posten. Waffenschmied des Ordens. Mittlergrund weint ein Baby. Welt. Aha. Und schön langsam deckt sich alles auf. Hier, jetzt haben wir die Hälfte von Wysima jetzt aufgedeckt. Die andere Hälfte kommt noch wahrscheinlich. Hier waren wir zuerst. Jetzt sind wir da. Und dann kommen wir da hin irgendwann. Schön. Okay. Na gut, dann gehen wir noch mal rein ins Gefängnis und schauen mal, ob wir da im Bett vielleicht schlafen können. Äh. Nö. Können wir nicht. Ich kann ja auch sonst nicht. Hier ist eine Feuerstelle. Da kann ich auch nicht warten. Also meditieren. Bodengitter. Das ist das Bodengitter, durch das wir in die Kloake gekommen sind. Gibt es hier irgendwo eine Feuerstelle? Im Bett kann ich ja nicht schlafen. Was ist das denn? Hier ist etwas verbrannt. Ich habe keine Ahnung was oder warum. Ich kann da auch nicht rein. Krankenhaustür. Interessant. Unbekanntes Kraut. Kann nicht gesammelt werden. Auch ein unbekanntes Kraut. Okay. Interessant. Na gut, dann tätig sagen. Da ist ein Hund. Ich kann ja sonst nirgends hin. Was ist das? Werbung. Werbung wofür? Werbung Waffenschmied. Diese Woche im Angebot beim Kauf eines Rundschildes gibt es einen Topf gratis dazu. Das ist... Wow. Muss ich zuschlagen. Was haben wir denn da? Was sind das denn für Figuren? Trainingsfiguren also. Okay. Interessant. Aber meditieren kann ich ja trotzdem nirgends. Ort. Ich bin momentan hier. Händler Vierteltor, Stadtkerker, Haus des Heders Thaler. Okay. Was ist da vorne an der Ecke? Da waren wir doch gerade. Da waren wir doch gerade. Kann man ja gar nicht rein. Dann... 交6... Dann. Dann... Bo schema... Beков na personas